Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Wien Energie, offizieller Hauptsponsor des Eskarapit. Ja, Zaki Parisic, wir freuen uns sehr, dass du dir kurz Zeit nimmst. Du warst heute auch einmal nicht im Homeoffice, sondern hier in Hütteldorf. Und wir freuen uns, dass wir dir die eine oder andere Frage stellen dürfen. Die erste, immer in Zeiten wie diesen, wie geht es persönlich, wie geht es privat, alles gesund. Wie verbringst du momentan deine Arbeitstage? Ja, also gesund, das ist einmal das Allerwichtigste, Familie, Freunde, das passt alles. Ansonsten natürlich viel Kopfschmerzen, viel Kopfzerbrechen. Schauen wir auch hin und wieder Trainingseinheiten an, beziehungsweise haben wir auch immer wieder sehr viele Sitzungen, wo wir sehr viele Dinge durchdiskutieren, durchbesprechen. Das sind natürlich harte Zeiten für uns und wir versuchen aber gemeinsam, da Lösungen zu finden, damit wir gestärkt in die Zukunft miteinander gehen können. Das erste Stichwort schon gegeben, Trainingseinheiten anschauen. Wir haben gesehen, hin und wieder sitzt du am Kameraturm mit dem besten Überblick von oben und trotzdem ist es eine wahrscheinlich auch für dich eigenartige Situation. Nur sechs Spieler, große Abstände. Wie läuft aus deiner Sicht dieses Kleingruppentraining? Und du warst ja auch lange Jahre Trainer. Wie schwierig ist es da für einen Trainer oder für die Trainer da ein Programm zusammenzustellen, das auch wirklich Sinn macht? Ja, zunächst einmal möchte ich da jetzt auch ein Dankeschön aussprechen und ein riesengroßes Kompliment an unsere medizinische Abteilung unter der Leitung von Wolfi Frey, die das wirklich perfekt organisieren und genauso auch ein Dankeschön an die Spieler und Trainer, die sich an alle Maßnahmen und Regeln halten, dass das so reibungslos über die Bühne geht und funktioniert. Zum Training selbst ist es ja so, dass es natürlich gewisse Intensitäten gibt, auch in Kleingruppenformen, dass die Spieler sehr motiviert sind, das Programm von den Trainern auch durchziehen, auch mit sehr viel positiver Energie an die Sache herangehen. Ich glaube, so wie die Konzeption des Trainings ist, gefällt es den Spielern. Natürlich ist es was anderes, es ist jetzt nicht unter Wettkampfbedingungen, hoffentlich bald, aber so ein Kleingruppentraining kann man als Individualtraining bezeichnen. Definitiv ist es auch so, als solches zu betrachten. Und es sind natürlich schon andere Belastungen, auch was die psychologische oder psychische Komponente betrifft. Also das ist schon etwas intensiver, als wenn du im Mannschaftstraining trainierst. Jetzt haben uns der ein oder andere Spieler neulich gesagt, kannst du denen etwas ausrichten, wenn du sagst, ich sehe ihn ja auch nicht. Also wird das hier wirklich so streng gelebt, dass diese Sechsergruppen mehr oder weniger, dass die jeweils eine eigene Partie unter Anführungszeichen sind und die anderen gar nicht mitbekommen? Definitiv ja. Also ist das so organisiert vom Zeitablauf und dass die Gruppen nicht anhand der Streifen, wie man so schön sagt, auch mit den Trainern und mit den Betreuern, wo jeder seine Aufgabe hat, um eben da diszipliniert vorzugehen, damit wir uns auch an die Regeln halten, die vorgegeben sind. Und es glaubt wunderbar bis jetzt, wie gesagt, so wie eingangs erwähnt, muss man natürlich da allen Beteiligten ein riesengroßes Kompliment machen. Jetzt ist es normal, wäre jetzt die Zeit, wo der Geschäftsführer Sport besonders intensiv wahrscheinlich verhandelt hätte, Transfers, Abgänge, Zugänge, Verlängerungen etc. Ich nehme auch noch, das hat sich sehr verändert durch diese ganzen Auswirkungen von Corona. Definitiv hat sich das geändert oder verändert. Momentan ist es einfach so, weil eben nichts läuft, dass die Pause-Taste gedrückt wurde, dass die Pläne, die wir vor dem 13. März gehabt haben, dass wir die wegschmeißen müssen oder mussten und uns neu orientieren müssen, das ist ganz klar. Es ist einfach so und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, wir kämpfen einfach ums Überleben, nicht nur des Klubs oder für den Klub, sondern auch für die Bundesliga oder für den österreichischen Fußball insgesamt, wenn man in Betracht zieht, dass es ja bei uns nicht nur um die Kampfmannschaft geht, es geht ja um die Zweiermannschaft, es geht bei uns um die Akademie, um den gesamten Nachwuchs, um viele, viele, viele Kinder und das dürfen wir nicht vergessen. Also es ist ein harter Kampf, den wir aber gemeinsam bestreiten. Und wenn wir es schaffen, da diese Phase positiv zu überstehen, dann glaube ich, sind wir wirklich richtig gut gerüstet für die Zukunft. Aber jetzt heißt es einmal zunächst Ärmeln aufkrempeln und kämpfen bis zum Schluss. Jetzt haben wir vor ein paar Minuten oder Stunden gehört, in Deutschland geht es wieder los, da wurde es genehmigt. Du hast mir erzählt, auch in Kroatien geht die Meisterschaft im Juni, glaube ich, wieder los, in vielen anderen Ländern offensichtlich auf. Macht es eine Hoffnung, dass es auch in Österreich bald wieder erlaubt sein wird, Mannschaftstraining und in weiterer Folge Spiele auszutragen? Jetzt leider halt einmal sicher noch ohne Zuschauer, aber zumindest das zu machen. Also letzten Donnerstag hat uns da, ja, das war ein richtiger Schlag für uns, für uns alle. Jetzt mittlerweile, weil auch vor allem in Deutschland begonnen wird, bin ich ziemlich zuversichtlich und positiv optimistisch, dass es auch bei uns der Fall sein wird, dass wir mit dem Mannschaftstraining beginnen, beziehungsweise dass man Pläne erstellt, wo es wieder losgeht mit der Meisterschaft. Natürlich mit allen Maßnahmen, die zu treffen sind und an die wir uns natürlich auch alle zu erhalten haben. Aber grundsätzlich bin ich jetzt Status Quo positiv gestimmt, was die Wiederaufnahme der Meisterschaft betrifft. Vorher hast du gesagt, es geht ums Überleben für den österreichischen Fußball, damit auch für Rapid natürlich. Wie nimmst du das wahr, bezogen auf Rapid, diese Rapid Community, Gemeinschaft spricht man immer, ist es zu merken auch für dich, dass es jetzt einen Zusammenrücken gibt, dass jeder oder jedem bewusst ist, wie die Situation ist. Wir haben gehört von deinem Geschäftsführerkollegen, es gibt irrsinnig viele Mails von Fans, die sagen, mein Abo-Antel braucht so nicht zurückzuhören, ich möchte trotzdem verlängern, wir haben zehntausende Masken, Schutzmasken verkauft etc. Nimmst du das auch so wahr oder ist das ein bisschen eine subjektive Meinung? Definitiv, das ist ja das, was uns allen miteinander sehr viel Mut gibt, ausgehend von den Spielern, Betreuer, von allen Mitarbeitern, das ist Rapid Twin, bis hin zu Fans, zu Abonnenten, Sponsoren, die wissen, wie es bestellt ist, wie prekär die Situation ist und das vernehme ich wirklich mit einem irrsinnig großen Grinsen und mit einer irrsinnig großen Dankbarkeit, dass die Rapid Community, so wie sie jetzt agiert, mir das Gefühl gibt, dass wir wirklich zusammenstehen und dass wir gemeinsam aus dieser Krise herauskommen werden, aber natürlich Dankhilfe unserer Fans und die sind einfach großartig, das zeigt sich gerade in Momenten wie diesen, die sie halt gerade jetzt normal beweisen, wie toll sie sind und auf die kann man wirklich richtig stolz sein. Eine letzte Frage, du bist bekannt, du bist immer einer der sehr persönlichen Kontaktsucht, momentan darf man sich nicht einmal die Hand geben auf Guteitsch, wir stehen da jetzt auch vier Meter gefüllt auseinander, wie weit hast du dir selber jetzt unter Anführungszeichen adaptiert, wie gewohnt ist jetzt für dich schon diese Videokonferenzen etc.? Bist du jetzt schon ein Freund davon oder bist du froh, wenn es wieder irgendwann ganz normal wird wie früher? Klar, also natürlich hoffe ich, dass ich irgendwann einmal in Normalität einkehrt. Jetzt ist es halt momentan so, dass ich da kein Puzzle geben kann, obwohl ich es gerne machen würde. Du weißt, ich bin ein taktiler Mensch, taktil veranlagter Mensch, diesmal ist es so und das wird wahrscheinlich auch in nächster Zukunft so bleiben, dass wir uns visuell gegenüberstehen und das wird aber auch gut kloppen, wenn wir uns nicht die Hand geben können. Das haben wir einfach zu akzeptieren, das ist so. Aber natürlich hoffe ich, dass irgendwann einmal wieder Normalität einkehrt in unser aller Leben. Trotzdem letzte Frage zu deinem Thema, du warst ja auch ein erfolgreicher Fußballer, mehrfacherweise nicht nur einmal mit Rapid. Hättest du dir vorstellen können, als aktiver Spieler ein sogenanntes Cyber-Training zu machen, das unsere Burschen jetzt doch einige Wochen gemacht haben? Ich hätte mir das nicht vorstellen können, aber ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich an Videokonferenzen teilnehmen kann und dass ich so viele Videokonferenzen durchführen werde. Also auch das ist etwas Neues in meinem Leben und da sieht man, wie sich die Zeiten verändern. Und ich glaube, es wird noch in Zukunft sehr, sehr viele Ideen geben, vor allem was die Digitalisierung betrifft, da gibt es auch riesengroße Fortschritte. Und ich glaube, wir müssen uns halt an dem anpassen, an diese Moderne und das genauso mitleben, sonst sind wir irgendwann einmal in der Steinzeit wieder zu finden. Alles klar. Zocke, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Informationen und auf bald. Alles Gute und gesund bleiben.